Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute. Heute werden wir auf meinem 69er Match, was ich euch in einem anderen Video noch mal vorstellen werde, erstmal alle diese Beagles platzieren. Und ja Leute können wir nicht sagen, beginnen wir auch einfach mal direkt. Aber ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier einfach mal wieder die Beagles und wenn ihr wollt, dass ich öfter solche Videos mache, lasst gerne meinen Like da, abonniert mich und ja Leute, dann genießt einfach mal, wie ich hier die Beagles platziere. Okay Leute, wie ihr seht, wir haben jetzt alles platziert, diese schöne Riesenmenge, das sieht irgendwie aus, das sieht falsch aus, Leute. Auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne meinen Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, tschaui. Bis zum nächsten Mal.